Carina hat mir ins Herz geschaut. Thomas Gottschalk zeigt Fotos von intimer Hochzeit auf Ibiza. Nur wenige Wochen nach der Verlobung haben Thomas Gottschalk und Carina Mross auf Ibiza geheiratet. Nun teilte der Moderator die ersten Bilder der romantischen Trauung. Heimlich, still und leise haben sich Thomas Gottschalk und Carina Mross das Ja-Wort gegeben. Wie die Bits-Zeitung am Samstag berichtete, feierte das Brautpaar vergangene Woche eine Hochzeit im Bohemstil auf Ibiza. Demnach fand die Feier am 23. August in einem Haus auf der beliebten Ferieninsel statt, das der ehemalige Wetten, das Gastgeber für den Anlass gemütet hatte, Blick aufs Meer inklusive. Neben Thomas Gottschalk und Carina Mross seien lediglich ihre Tochter Melinda sowie die zwei engsten Freunde des Paares dabei gewesen. Die Söhne des Entertainers fehlten bei der Trauung. Das zeigen auch Fotos, die der Moderator einen Tag nach der Bekanntgabe der Hochzeit auf Instagram geteilt hat. Ein sehr persönliches Erlebnis Am Sonntagmorgen veröffentlichte der 74-Jährige 20 Fotos mit seinen mehr als 100.000 Followern auf Instagram. Das erste Bild zeigt Thomas Gottschalk mit seiner Braut Carina. Das Paar steht vor einer traumhaften Kulisse. Er in Weiß, sie in Creme. Während der Moderator mit einem Lächeln in die Kamera schaut, schmickt sie sich mit ihrem Gesicht an seines. Weitere Bilder sehen Sie, wenn Sie auf dem Beitrag nach rechts klicken. Zu der Bildereihe schrieb Gottschalk, obwohl ich dieses Ereignis immer noch als ein sehr persönliches Erlebnis empfinde, nehme ich euch mit auf meine Hochzeit mit Carina auf Ibiza. Ich muss es vielleicht noch lernen, meine innersten Gefühle mit euch zu teilen, und das ist sicher ein guter Moment dafür. Weiter heißt es, ihr kennt mein Showmaster-Gesicht, aber Carina hat mir ins Herz geschaut. Deswegen sind wir jetzt für immer ein Paar. Forever. Auf Trauzeugen habe das Paar verzichtet, so Gottschalk weiter. In einem zweiten Beitrag postete der TV-Star weitere Bilder. Auf einem der Schnappschüsse ist die komplette Hochzeitsgesellschaft zu sehen. Alle waren in hellen Tönen gekleidet. Zudem präsentierten Thomas Gottschalk und seine Ehefrau Carina, die seinen Nachnamen angenommen hat, ihre Eheringe. Die Bilder sehen Sie, wenn Sie auf dem Instagram-Beitrag nach rechts klicken. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll die Runde nach der Hochzeit in Bikini und Badehose in einer Strandbarweite gefeiert haben. Dem Blatt sagte Gottschalk, ich fand es toll, dass ich bei unserer Hochzeit ein paar Touristen gesehen habe, die Fische durch den Glasboden eines Ausflugsbootes fotografiert haben. Aber für uns hat sich niemand interessiert. Weder Urlauber noch Profis. Für Thomas Gottschalk war es die zweite Hochzeit. Vor Carina war der Moderator mehr als 40 Jahre mit T.R. Gottschalk verheiratet. Das Paar hatte 2019 seine Trennung bekannt gegeben. Kurz darauf zeigte sich der 74-Jährige erstmals mit seiner neuen Partnerin. Fünf Jahre später ist Carina nicht mehr seine Freundin, sondern seine Frau.